Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Spezialfolge von Dela Saster Productions. Mein Name ist Dela, ihr kennt mich aus solchen Formaten wie König Wubedame Gast, Dela Terratour mit Floh, Mechunter Messer und anderen. Ja, ich melde mich heute kurz bei euch, weil ich eine kurze Produktionspause anmelden möchte. Wir hatten eigentlich große Pläne für dieses Jahr und wir haben diese Pläne auch immer noch. Ich muss euch aber leider mitteilen, dass zumindest bis Ende März sämtliche Dela Saster Produktionen erstmal auf Eis liegen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum. Folgendes Problem. Einerseits bin ja an Dela Saster Productions nicht nur ich beteiligt, sondern mehrheitlich auch noch zwei bis drei andere Menschen. Und bei diesen anderen Menschen gibt es momentan eine größere Phase der beruflichen und ansonstlichen Umorientierung, namentlich der Jonas ist gerade mitten im Umzug. Ich selber habe zur Zeit körperlich sehr viel Spaß gehabt und das machen einfach so Sachen wie Terminfindungen echt schwierig. Wir sind momentan geistig und zeitmäßig und löffelmäßig so ziemlich an jeder Grenze und haben jetzt einfach beschlossen, dass wir uns nicht noch zusätzliche Last schaffen müssen, indem wir eben versuchen, irgendwelche Aufnahmetermine einzuhalten. Das ist uns jetzt tatsächlich aufgefallen, weil wir eigentlich diese Woche bzw. heute die letzte Folge zu Sunset aufnehmen wollten. Und wir haben diese Folge jetzt schon das dritte Mal verschoben, weil jedes Mal, wenn wir einen Sendetermin hatten, war irgendeiner von uns entweder auf der Autobahn oder anderweitig indisponiert. Und das hat so einfach keinen Sinn. Das wäre fair gegenüber der Gäste, die sich für uns Zeit nehmen, noch ist es fair für uns, weil wir uns einfach kaputt machen da dran momentan, noch ist es fair für euch, liebe Hörer und Hörerinnen, weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass unsere Qualität darunter leidet. Wenn wir alle auf dem Zahnfleisch gehen. Aber das ganze Thema ist, wie gesagt, aus Gründen. Und das Schöne daran ist, dass es ein absehbares Ende hat. Denn, wie gesagt, Ende März ist der Umzug abgeschlossen. Bis dahin sind wahrscheinlich auch diverse Bewerbersituationen und derartige Dinge gelöst. Und ja, sobald das Wetter besser wird, wird auch bei mir meistens körperlich diese ganze Sache wieder einigermaßen erträglich. Und deswegen haben wir uns jetzt die Linie gesetzt, dass wir mit Aufnahmen wieder anfangen Ende März. Das heißt, Anfang April spätestens bekommt ihr die neuesten Folgen. Es tut mir fürchterlich leid, dass wir diesen Schritt gehen müssen. Aber wie gesagt, es geht in allen Formaten weiter. Das ist nur eine Pause. Diese Formate sind nicht ausgestorben. Es wird weitergehen. Wir brauchen bloß momentan ein bisschen Luft zum Atmen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich auch für die Treue. Und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss. Tschüss.